Rettungshubschrauber zieht eine kräftige Rauchfahne hinter sich her. Anwohner filmen diesen Flug über Florida länger als eine Minute. Plötzlich immer mehr Flammen, der Hubschrauber gerät ins Trudeln und stürzt in die Tiefe. Der Hubschrauber stürzt direkt in dieses Haus. Laut lokalen Medien sterben mindestens zwei Menschen, weitere werden verletzt. Warum der Hubschrauber Feuer fing und abstürzte, bislang unklar.